Yo! Willkommen zur heißesten Fußball-Challenge auf unserem Kanal. Nicht nur wegen uns, sondern auch wegen den Temperaturen. Wir haben 87 Grad Fahrenheit heute. Und heute gibt es wieder eine Strip-Challenge. Das ist unser normales Outfit. So werden wir aber nicht spielen, sondern so. Jetzt sind wir ready für die Challenge. Wir haben alle jetzt 15 Schichten angezogen. 15! Und Ziel dieser Challenge ist jetzt, pro Tor darf man ein Ding ausziehen und wer am Ende wieder bei seinem Standard-Outfit ist, hat gewonnen. Ich kann sagen, wer am Ende nackt ist gewinnt. Dick, schau, schluss. Ha! Ich war ganz wuuuuh! Ja! Ah! Richtig abgeraagt! Die erste Challenge lautet Doppelpass. Wir spielen den Ball, kriegen ihn zurück. Jeder fünf Dinger. Das heißt, die ersten fünf Hüllen können schon mal fallen. Wie meinst du, darf ich in so einem Outfit? Let's go! Ich hab die hier heranzufangen. Ich weiß nicht mal, weil ich ausziehen soll, weil gerade ist ein bisschen frisch. Gib ihn mir! Ich will gar nichts ausziehen, Mann! So geil! Ich zieh diese Hose aus. Oh nein! Es gibt nichts ekelhafteres, als an den Beinen zu schwitzen. Ne, Mo? Ja, oder Oberkörper. Unter den Eiern ist eklig. Das ist doch geil, dieser Eierschweiß. Oh, er hat gerillt! Ich hab eine Bombe gelegt, der hält ja einfach. Das liegt nur an der Winterjacke, Leute. Auch so hätt ich nicht getroffen. Weißt du warum? Warum? Auf deinem Ding steht 11. Das ist mir nicht nur warm, sondern auch zu eng. Ich krieg keine Luft. Wenn das hier so weitergeht mit den Schüssen, kommen die Zuschauer auf jeden Fall auf ihre Kosten. Bro! Was ist das? Boah, der robbt mich hier. Der Einzige, der was ausziehen durfte, es wird frisch langsam. Meine Taktik ist, ich will wirklich zuerst alle Hosen ausziehen. Die nächste Hose weg! Jawohl! Jetzt ist kein Problem mehr. Wenn ich mit kurzen Hosen bin, Gamechanger. Nope! Das wollen sie von mir. Jetzt kommt Tor. Huch! Du hast eingefroren, du hast eingefroren, Digga! Scheiße! Dann macht man diese sneaky Taktiken und Smiley kriegt da irgendwie den Krummfuß hin. Ich will, dass sie sich hier totschwitzen. Ich bin hier gleich wie am Beach von Mallorca und die, die Penner unter der Brücke. Gib dir gute Vorlage jetzt. Gib wie du mir willst, ich werde den verarbeiten. Was willst du machen? Ah! Ja, ich will. Warte, ich kann wieder. Ja! Boah, Mann! Ich muss eine Wiederholung machen. Ja, was soll ich? Ich mache auch gerne Wiederholungen, ist kein Problem, komm. Aber wenn du mir den in den 16er chipst, ich weiß ja nicht, was du erwartest. Aus Versehen. Der gibt dem sogar noch die beste Vorlage, die ich hier gesehen habe. Nichts kannst du mir antun, weil ich nicht verarbeiten kann. Der freut sich mehr, wenn Spidey verliert, als wenn der gewinnt, das ist anders. Oder du hast Ella, dann sei mal ruhig. Mann geht immer auf die Krassen. Was? Den frisst du nicht, Mann! Was ist das? Können wir mal ein Mohns Tor stellen, dann treffe ich vielleicht mal was. Nope! Ey, ich finde das Outfit aber auch einfach fresh. Deswegen will ich das auch noch ein bisschen representen, Leute. Komm, wo willst du denn hinhaben? Unten links. Unten links. Nein! Boah! Und links. Aber der hat sich verlagert und dann und dann. Wir sind schon beim vierten Durchgang. Langsam laufen wir ein bisschen die Schweißperlen hier runter. Ich würde gerne diese kurze Hose hier ausziehen, ja? Also die stört mich schon sehr. Alle Doofs, alle Doofs haben jetzt links daneben geschossen. Boah, heute Junge. War eine geile Parade, ne? Mann. Ich darf jetzt schon fünf Teile ausziehen, oder? Heilige Glatze. Guck mal, wie schwitze ich, sieht man das? Ja. Sieht man das? Ah! Das ist gottlos. Ja, das tue ich gottlos. Da kann man richtig verpacken. Und das ist mir peinlich gerade. Das wäre echt peinlich. Ausziehen ist nicht so seins. Es geht eigentlich noch aus wie am Anfang. Viel hat sich nicht getan. Außer, dass Holz dies glatt und normal am Ölen ist. Dann nennt mich ja auch Lars Öli. Was wäre das? Nein! Sehr schön, Boris. Richtig und wichtig. I just wanna make you sweat. Na, 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 na. Jetzt war ich übermütig. Jetzt habe ich immer noch diese scheiß Winterjacke an. Oder leichteste Challenge und immer noch nichts getroffen. Hey, der war so geil, dann ziehe ich auch ein Teil aus, Alter. Hat mir gefallen. Lass du meine Hose ausziehen. Der rechte Handschuh geht weg. Handschuhe sind auch richtig eklig. Ich spüre meine Gelenke nicht mehr. Meine Arme und Beine wirklich. Das ist so eng. Kein Wurst nicht mehr. Oder der will die wirklich reinlegen. Fünfmal gemacht, fünfmal daneben. Zweite Challenge. Hat sich der Mo ausgedacht. Und das machen wir jetzt. Jetzt machen wir Wolleys. Ball kommt angeworfen. Und dann entweder kann man den Dreck nehmen. Oder mit zweimal hochhalten. Aber der darf nicht auf den Boden kommen. Das ist der Sinn von Wolleys. Hast du gut erklärt. Außerhalb vom 16er. Wieder jeder fünf. Das heißt, fünf Schichten kann man hier abpellen. Aber erstmal heißt es abschwitzen. Wer jetzt holz das Glatze küsst, darf eine Sache ausziehen. Ey, ne. Oh, Mann, das sinkt genau. Der hat sich noch angeschränkt bei diesem Kuss. Ich habe richtig geschwitzt. Der hat, glaube ich, mit Zunge gemacht. Der wollte diese gute Kuss geben. Oder war mit Liebe. Würdest du auch machen? Nein. Du darfst sogar zwei Teile, wenn du hier unten brudach. Wer kennt Kingpin, Leute? Heute sieht es einfach aus wie Kingpin. Schreibt es in die Kommentare. Ja oder nein. Ja. First try. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Ich zeig dir gleich, wie das geht. Und dir auch. Du sollst jetzt zeigen, Mann. So, ich bin ja jetzt dran, ne? Scheiße. Oh, wow. Man, deswegen hat er sich die Challenge ausgesucht, Digga. Oder da war so Ameise. Ich bin da ausgerutscht. Zehn Minuten bebubbelt und er uns da, lass volleys machen. Lass volleys für dieses Schuss. Oder für dieses Schuss. Das war's mit der Kingpin-Zeit, ey. Der zuhält der Mantel muss aus. Also ich krieg hier nur durch Küssen Sachen ausgezogen. Ich hoffe, jetzt auch durch Schüsse. Nope. Ey, der lacht mich auch. Ich kann ein bisschen gewinnen, deine Glatze nochmal. Das darf man immer nur einmal machen. Zweiter Durchgang. Ich weiß ja, ich schwitze ich schon. Nein. Ah, Fußgebrecht! Bruder, Holzi, ich zeig dir jetzt. Ich zeig dir, wie das geht. Du spielst nicht gegen mich, du spielst für dich. Du spielst gegen dich selber. Ich zeig dir trotzdem. Ja, das finde ich super. Was für ein billiger Fußballer du bist. Ah! Nein, da. Das waren diese Dinger von dem, weißt du. Der Typ hat sich die Bollys ausgesucht. Ich muss unbedingt diesen linken Handschuh verlieren, Digga. Ey, ihr könnt nicht wissen, wie doll das da runterschwitzt. Nope. Oh, Ansage. Ich werde jetzt meinen besten Schuss rauspacken. Lieber meine Mutter weint, deine Mutter weint. Nein! Mein Arsch! Was ist das, Mann? Bruder, jetzt muss was kommen. Ich stehe halt immer noch legit mit den Sachen hier. Legit? Legit. Langsam schwitze ich. Nope. Ich ziehe, glaube ich, nochmal da kann. Es wird Zeit, diese Hose auszuziehen. Die hat mich wirklich gekillt, Alter. Die hat mich gekillt. Der zieht 18 Hosen aus, Digga. Oder der geht ja schnackt und oben noch Winterhack an. Ich will unten, dass die Eier baumeln. Nope. Der Ball war aber auch nochmal boistert. Jedes Mal der gleiche Spruch. Warte, wer wollte nochmal Wollys? Was machst du da? Wie nennst du die immer? Schaufel. Geschaufelten Schuss an Latte. Digga, ich muss den letzten treffen. Der Uwe, der auch dabei ist. Ja, wir wollen den Tor rein jetzt. Wenn ich jetzt nicht treffen, dann hab ich ja Schwürensitz. Ja! Ich ziehe Mütze aus. Jetzt geht es mir schon viel besser. Weil ich die ganzen Hosen ausgezogen habe. Meine Beine sind so leicht, Alter. Wie Spaghetti. Letzter Schuss, letzter Durchgang. Wow! Jetzt reicht es wirklich. Die hat mich wirklich gekillt. Jetzt reicht es aber mal. Und guck mal bitte, Wie viele Schichten hier gleich noch warten. Können wir auch da was anderes? Ah ne, ist egal. Wird langsam Zeit, ne? Wird langsam warm, so, ne? Ich würde langsam, die Challenge ist fast vorbei. Langsam ist das Stichwort. Gib mal Gas, mal ein Schäbe vor Hitze. Der chillt sein Leben. Aber guck mal in sein Gesicht. Der schwitzt nicht. Ich checke das. Wer wollte nochmal Wolleys machen, unbedingt? Ich wollte dir ein bisschen Punkte schenken. Was sind Punkte, Digga? Es geht darum, dass du triffst, um das hier ausziehen zu können. Was für Punkte denkst du, kriegst du hier? Hatschuuu! Boah, was war das denn, Digga? Ja, ja, ja. Bam! Bye, have a great time! Und du musst hier was anziehen, wir wissen es alle! Zieh, 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 zieh. Ja, ja, ja. Da, Mann. An alle, die keine Ahnung haben und schreiben, wir schwitzen gar nicht. Bruder, das ist keine Träne hier. Schleee! Oh, nice. Arsenal. Die letzte Challenge. Wir gehen jetzt so vollgepackt in Rundlauf rein. Ei, ei, ei. Wenn man trifft, darf man ein Teil ausziehen. Und es ist erst zu Ende, wenn hier einer nackt ist. Das heißt, jeder muss Minimum noch so zehnmal treffen. Ich habe zum Beispiel noch zehn Schichten an. Das heißt, zehn Tore. Ich habe zwölf oder so. Ich habe 15. Ha, pfff! Ich habe unendlich viele. Diese umgedrehte Acht, kennst du? Ja. Zwei Kontakte. Zwei. Zwei. No! 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 Oh! Boah! Stark, Mo! Ah, er war die Hochzeit. I've fallen. Was macht der da? Stark, stark, Mo! Schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr, wer wird hier als erstes nackt sein? Spidey, Holz, Simon oder Boris. Das war so gut! Es wird Zeit hier. Auch gut, auch gut! Bruder, dieser Schal nervt mich. Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Der bleibt heute nicht dran! Ein Mervo! Bruder, dieses Ausziehen sieht bei dir anstrengender aus als jeder deiner Schüsse. Das ist anstrengend, wenn du so dicke Beine hast. Er kann sich nicht ausziehen, weil er zu Hause immer von Mama angezogen wird. Bruder, Bruder! Was war das denn für ein Fektor? Ich hab noch so viele fette Sachen da drunter. Boah, was macht die Beschüsse hier? Ich hab gewartet für diesen Moment. Es gibt natürlich auch eine Bestrafung für die anderen. Deswegen, man kann sich nicht einfach hier runterschießen lassen. Bleib dran! Alle drei, die noch was anhaben, kriegen fette Bestrafung. Boah, Mistfarm, Mistfarm! Boah, Schalkholzi, wichtig! Weg, weg mit dem ganzen Zeug! Ich werd nicht verlieren! Nope! Gip, gip, gip! Ander! Let's go! Boah, wann bin ich denn endlich? Wann bin ich endlich kurzärmlich, Mann? Oh! Ja, 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 ja! Mo! Chip, 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 chip! Bam! Was machst du? Hey, hey, schnell! Boris, lauf! Ja! Voila Madrid! Junge, ich erlebe hier irgendwelche Überraschungen, was für Trikots, die ich noch nie gesehen habe. Bruder, ich muss Teile verlieren, damit ich wieder vernünftig spielen kann, Alter. Ich kollabiere! Schön! Der hat immer noch die Handschuhe! Ach, du Scheiße! Jetzt hab ich den gleichen Handschuhe wie eben ausgezogen! Und... Du hast einen Trick gemacht! Zweiter Treffer! Ja! Was sieht aus? Ah, ja! Scharf! Ja! Bruder! Boah, der kennt diese Gefühle! Ja! Dein Kno! Wer so ein Beinchen hat, natürlich kann man damit nicht halten! Nächster Oberteil weg! Junge! Und? Was haben wir da drunter? Immer noch langeärmlich! Aber gleich die letzten Schichten! Einmal noch Pfeffer für diesen Handschuh! Ich will doch nur die Handschuhe verlieren! Bro! Boah! 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 Drei! Das ist alles klitschnass! Boah! Was?! Jetzt bin ich den Handschuhe endlich los! Bruder, da ist so viel Schweiß mit rausgesputzt! Guck dir das mal an! Hier, Alter! Bruder, die Hände sind schon aufgeweicht von Nässe, Digga! Boris, wenn du einmal so an den Finger lutscht... Gib! 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 Auf keinen Fall! Gib doch! Oh! You make it done! Wow! Oh! Oh, diese Pulli XF! Oh! Diese Vorlagen, die haben auch ein Teil fest! Oh! Ich hasse mich wieder! Oh! Ich sag euch mal so, ich habe hier nur noch drei Schichten an! Oh! Ja, boah! Mo, 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 mo! Oh! Nein! Oh! Das hat ganze Saule! Oh, ich liebe dich, Mo! Woher diese Scheiß jetzt her? Jetzt endlich T-Shirt, Junge. Oh, Maschallah, Maschallah. Man muss sagen, der Unterschied zwischen uns sieht schon jetzt echt krass aus. Mo, kurze Hose, kurze Ärmel. Holzi, game over. Platz! Oh, schon! Ich bin der Stammelwechselsaison. Oh, Flelle! Holzi ist ein Lock! Der kippt gleich um. Junge, alle haben schon irgendwas kurz an. Holzi immer noch nicht. Komm, Holzi! Oh, ich glaube jetzt, ein ganz besonderer Moment. Erstmal kurzärmelig. Junge, das ist so ein geiles Gefühl, Alter. Oh, küh! So am sweaten, Alter. Guck hier, guck hier meine Haare. Alles ist nass. Oh! Oh! Oh, Holzi! Dein Ding! Ja! Ich habe am Anfang zu viele Schüsse liegen lassen, aber jetzt komme ich. Oh, du hast eben die Wünste vom Kopf geballert. Immer noch eine Schenze hier. Jeder Zentimeter wird hier ausgenutzt. Und immer noch lange. Jetzt wird nichts mehr daneben geschossen. Guck mal hier, unsere Haufen. Was wir schon alles ausgezogen haben. Und jetzt kommt bei mir das letzte Oberteil. Ja, sehr schön. Weg mit der Kapuze. Sehr schön. Oh! Langsam, langsam, langsam. Während der sich wieder anzieht, geht der nächste Schuss, Alter. Wow! Nope! Schönes Ding! Oder lass es wieder aussehen? Ja! Rotators! Wow! Jetzt ein bisschen fahren, aber. Jetzt bin ich da. You don't know me, son! Leider ein bisschen zu spät. Ich beende es für die nächsten zwei Stunden. Bewegt dich doch mal! Ah! Ah! Ihr seht, das ist mein Startoberteil. Nur noch die Mütze auf dem Kopf. Oh, aber Boris ist auch sehr gut dabei. Weg damit! Wie, schnell! Was hast du noch alles? Ich hab nur das. Eins, zwei. Zwei. Noch zwei Sachen. Eins gegen zwei. Und Holzi hat noch ganze Winterklamotten an. Ey, ich hab nur noch 15. 15 Schüsse noch. Dann bin ich da. Mehr als vom Start. Mo, ja. Boah! Junge, der ist in Puddel. Ey, knallen wir jetzt den Mo einfach runter. Das könnte der letzte sein, ne? Ja. Oh, bitte! Komm! Dann darf ich mir eine schöne Beschreibung für euch ausdenken. Oh, jetzt müsst ihr alles treffen, weiß Weidi. Nope! Nein! Ich beende es mit einem Luca Modric Gedächtnissschuss. Wow, 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 wow. Das hier war das letzte Item. Aber hiermit hast du doch nicht gestartet. In der Intro-Datschen hast du gesagt, nackt. Komm, ich mach, wie ich nackt bin. Ja! 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 Ey, ey, ey! Oh, Holzi, was ist denn Ansagen geworden? Wir sind kurzärmlich. Man sieht mal Ärmel, man sieht mal Arme. Nein, was macht das, Alter? Jawoll! Weg! Wow! Wow! Zwei Treffer noch. Wir machen es aus. Ganz, ganz gediegel. Kombo! Moment, komm! Oh mein Gott, was macht der da? Lass bis auf Unterhose spielen. Was soll denn geil? Was soll denn geil? Bis auf Unterhose. Komm, bis auf Unterhose. Wenn du jetzt triffst, bist du der absolute Gewinner. Oh! Wir sind schnitt! Oh! 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 Das ist ein verdammt! Das ist ein verdammt! Oh! Ah! Das klebt wie Scheiße! Boris und ich willst nur noch die Hose verlieren. Ich sehe. Hier, anhalt! Mach ihn! Ja! Nein! Das ist Robbery! Das ist Robbery! Habt ihr alle gesehen? Olsino! Mein Gott! Ich muss einfach denken, ich habe schon nur noch Unterhose an. Dann treffe ich auch. Das muss leider zensiert werden, aber... Ah! Hose gerissen! Weil ich meine Hose zerrissen hab! Wir wollten euch diesen Anblick ersparen. Aber... Ja, ja! Deswegen hast du extra so schlecht geschossen, ne? Ja! War auf jeden Fall eine verrückte Challenge! Lass ein Like da! Meine Bestrafung für euch! 100 Meter Sprint! Über den Platz! Ja! So wie ihr halt seid, ne? Lasst ein Like da auf jeden Fall für dieses Video! Wir starten rein in die Bestrafung in... Drei! Zwei! Eins! Los! Der Letzter ist, muss noch einen Sprint machen! Der Arme Moe, Alter! Oh Gott, der kann's noch nicht mehr! Der kann's noch nicht mehr! Der hab ich schon ausgelacht da hinten! Ach ja, das war's! Endstatement! Lass er weg da! Markus! Du hast ja noch 10 Runden verdient! Hast du dir verdient? Ja! Komm, komm!